Ich denke schon eine Weile gegen Reserogs Was die anderen gemacht haben weißt du? Erstblieftes Loch Wir haben eine Q Hast du das gesehen? Denganz? Na Nox? Ich komm jetzt weiter Was ist das los von dem Typen? Guck mal, wo der Bestef vielleicht ein Loch aufs Weed um mich zu spieven Das ist Serum Bestef Jaja, das ist Serum Bestef Guck mal, jetzt fliegt da ein Loch auf und mich zu spieven Und guck mal was der andere macht In welches Loch der rein rennt Was? Was? Mach mal weiter Geht doch gar nicht Das ist so lustig Also ist der da die Abbau-Range, zeig mal Die Pod abzubauen Nee, nee, ich musste einen vorgehen Ich dachte auch erst, ich hab Abbau-Range Ich dachte erst, ich hab Abbau-Range Und dann? Nee, schade, geht nicht Dann machen wir die anderen Seiten Alter Der fliegt noch ein bisschen weit Alter Bam Der letzte Der war einfach noch in der ersten Der letzte Stimmt Was? Was ist das? Guck mal hier, der Typ wollte sich runterfliehen Probieren Sie, dass ich nicht mehr da Wenn geht weg Dann spielt sich alles selber Digga Was? Was ist das für Ende? Du hast mit zwei Hits vier Leute gekillt Du hast mit zwei Hits vier Leute gekillt Du hast mit zwei Hits vier Leute gekillt Was? Digga Er kommt von ganz oben runter Ne? Er sieht doch, dass da ein Loch so runterfällt Oh! Wie ist das mit den Typen? Was war das? Wie kann man eigentlich? Also Schon zu viel für mich Schön, dass es zwei geklappt